Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Sie für morgen einen Ausflug ins Grüne geplant haben, dann können wir das Wetter nicht beeinflussen, aber doch wenigstens dafür sorgen, dass die Fotos gut rauskommen. Noch während rund um alles schläft, treffen die Bestellungen aus den GoB-Läden im GoB-Foto-Service ein. Nach dem Vorsortieren gibt es eine erste Kontrolle, wo man eventuelle Schäden an den Filmen sofort feststellen und beheben kann. Dann werden die Filme auf einer modernen Hochleistungsanlage und nach dem neuesten Stand der Technik umweltschonend entwickelt, beleuchtet und kopiert. Aber nicht alles wird der Technik überlassen. Jedes Bild wird vor dem Verpacken gründlich unter die Lupe genommen, fehlerhafte Bilder markiert und mit einem entsprechenden Hinweis ausgestattet, bevor sie verpackt, fakturiert und noch am gleichen Tag zurück an GoB-Läden spediert werden. Neben den Normalkopien können sie bei uns auch Vergrösserungen oder Poster machen lassen. Das lohnt sich dann auf jeden Fall. Und zwar nicht immer nur wegen dem günstigen Preis. Auch heute kann ich eine Neuheit vorstellen. Und zwar für alle, die möglichst umweltgerecht gärtnern. Neu ist bei uns nämlich ein Kompostiermittel aus natürlichen Hilfsstoffen, der von der VSBLO geprüft und empfohlen wurde. Das GoB-Öko-Plan-Kompostiermittel wird nach jeder Schicht Haus- oder Gartenabfall auf dem Komposthaufen verteilt. So wird der Nährwert des Kompostes verbessert, es entsteht praktisch keine Geruchsbildung und die Zersetzung ist besser. Eine praktische Anleitung für das erfolgreiche Kompostieren finden Sie im Übrigen auf der Verpackung. Nicht ganz neu, aber als wertvolles Getränk immer wieder aktuell ist die Milch. Trotzdem ist etwas nicht mehr ganz wie sonst bei der Paschtmilch von GoB. Jetzt mitmachen beim grossen Mummi-Wettbewerb. Welche Mummi ist jetzt auf der Korb Paschtmilch-Packungen? Wettbewerbskarte gibt es in jedem Korbladen. Bestimmt haben Sie schon herausgefunden, welches die richtige Mummi ist. Und was ein richtiger Gamma-Bär ist, das dürfte Ihnen schon lange bekannt sein. Das zweite Produkt, das wir Ihnen heute im Markenfenster vorstellen, sollten Sie sich gut merken. Man kann nämlich Preise im Gesamtwert von 50'000 Franken gewinnen. Magnum ist einfach das Grösste. Es ist wie ein schöner, kühler Kuss. Das knackt so richtig beim Dreibeissen. Cremige Glacier und lauter Schokolade. Also mein Magnum würde ich nie teilen. Und jetzt bin ich gespannt auf den Vorschlag aus der Studioküche. Quasi den grossen und bekannten Schwestern, der Pizza mit Deckel nachempfunden, ist das heutige Rezept. Es sind Mini-Kalzoni mit Ton. Der Teig. Wir können ihn mit Rauch- oder Halbwiesmehl machen, in acht Portionen teilen und zu Kugeln rollen. Dann zum Oval auswallen. Füllung aus Mozzarella-Würfen, klein geschnittenen Tomaten, Ton und Oliven aufs Teig-Oval verteilen, den Rand mit Wasser bepinseln, den Teig darüber klappen, den Rand mit einer Gabel andrücken und die Kalzone bei 180 Grad ca. 20 Minuten backen. Dann können Sie Ihre Familie oder Ihre Gäste mit dem raffinierten, aber günstigen Rezept überraschen. Sie finden das Rezept wie immer in unserem Aktionsinserat, das in der Tagespresse und in der GOB-Zeitung erscheint. Sie haben die GOB-Zeitung nicht abonniert? Das müssen Sie auch nicht. Als GOB-Mitglied wird Ihnen diese jede Woche per Post nach Hause geschickt, und zwar gratis. GOB-Mitglied werden Sie ganz einfach mit einem Anmeldeformular, das in allen unseren Läden erhältlich ist. Denken Sie doch bei Ihrem nächsten Einkauf daran und verlangen Sie es gerade an der Kasse. Am besten gerade am Wochenende, wenn Sie zu uns kommen, posten. Bei GOB gibt es 300g Zweifelpombschips Natur für nur 4,15. 4 Liter Mondial Orangensaft kostet bei GOB nur 3,20. Zwei Mozzarella Mario kommen Sie über für nur 3,80. Verschiedene Glacé-Lutscher sind jetzt günstiger. Die Eismilk-Lutscher von Goldstar kosten zum Beispiel nur noch 4,50. Frotte-Fixlin-Tücher in verschiedenen Farben und Grössen gibt es schon ab 10 Franken. Und hier noch der GOB-Preisabschlag. 120g geriebenen Sprints kostet von jetzt an nur noch 2,50. Wie immer lohnt sich auch diese Woche ein Abstecher ins GOB-Restaurant. Dort offerieren wir Ihnen die Boulébrust Tica mit Reis und Zucchetti für nur 9,50. Soviel für heute aus dem GOB-Studio. Ich wünsche Ihnen morgen eine schöne Aufwand. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. Auf Wiedersehen am nächsten Mal. Tja, tja.